Ich bin ja immer wieder gern Gast in Wien. Wien hat ja vor nicht allzu langer Zeit den ersten Platz in der Lebensqualität international erreicht. Ich finde zu Recht, immer wenn ich im Ausland bin, und ich bin viel im Ausland, auch gerade bei den deutschen Nachbarn, hat Wien einen tollen Ruf als nicht nur touristische Attraktion, sondern auch als Wohlfühlstadt. Ich habe mir das heiter wieder gedacht, wenn ich mit dem Taxi hergefahren bin. Es gibt die Taxispuren, es gibt die Fahrradfahrwege, man kommt relativ flüssig durch. Also Wien läuft gut, würde ich sagen. Es gibt immer wo was zu verbessern, bis jetzt ist gut verbessert worden. Never change a winning team. Also man hat den richtigen Häupl zum Gärtner gemacht, würde ich sagen. Und würde nicht dazu raten, das zu wechseln.